Hallo und herzlich willkommen wieder zu einem neuen Video. In dem heutigen Video geht es um den Rechteckholeiter, konkreter gesagt um die Phasengeschwindigkeit und hier anhand eines Beispiels. Es gibt auch, wir haben dieses Beispiel schon in anderen Videos behandelt, wo wir zum Beispiel das Feld oder die Wellenzahl bestimmt haben. In diesem Video geht es jetzt um die Phasengeschwindigkeit, wie gesagt, und die baut auch auf der Wellenzahl auf. Wir werden die Wellenzahl gleich als gegeben voraussetzen. Wenn ihr euch die Herleitung dieser Wellenzahl nochmal anschauen wollt oder die Berechnung für dieses konkrete Beispiel, dann schaut in den vorherigen Videos mal vorbei. Kurz nochmal zur Problem-, zur Aufgabenstellung. Wir haben also unseren Rechteckholeiter, deren Querschnitt in der XY-Ebene liegt und sich in positive Z-Ausrichtung ausbreitet, mit den Dimensionen A und 2A, wobei 2A dem klassischen allgemeinen Parameter B entspricht. Wir haben einen ideal leitenden Hohleiter, also ein PEC-Material. Die Ausbreitung der angeregten Welle ist in positiver Z-Richtung und wir haben die Feldkomponenten EX und Y und EZ gegeben, wobei Y ohne EZ 0 sind. Genau, wir sollen jetzt die Phasengeschwindigkeit berechnen. Ja gut, der Ansatz ist ziemlich einfach, basierend einfach auf der Formel für die Phasengeschwindigkeit, nämlich Omega durch K. Jetzt ist ja die Frage, ja, wie machen wir das? Wie bereits eben gesagt, das Ganze basiert auf der Wellenzahl K. Für unsere Welle ist K KZ und allgemein kann man die Wellenzahl KZ aufschreiben als die Wurzel aus Omega² µ Epsilon. Das schauen wir uns noch ordentlicher auf. Epsilon minus KX² minus KY². So, was ist jetzt KX und KY? Ja, das können wir hier sehr gut rauslesen aus unserer bekannten Feldkomponente. Da wir halt hier nur eine Komponente haben, müssen wir das hier machen. Und diese KX und KY stecken innerhalb dieser Sinus-Therme. Das heißt, wir können das Ganze nochmal aufschreiben. KZ ist dann jetzt hier Wurzel aus Omega² µ Epsilon minus jetzt hier Pi durch A zum Quadrat minus Pi durch A zum Quadrat. Wir machen gleich nochmal hier eine KX. Pi durch A und KY ist ebenfalls Pi durch A für dieses Beispiel. Ja, das Ganze kann man noch zusammenfassen. Omega² µ Epsilon minus 2 mal Pi durch A zum Quadrat. So, jetzt kommen wir zur eigentlichen Aufgabe, nachdem wir diese Wellenzahl KZ bestimmt haben. Vp ist in dem Fall Omega durch KZ. Und dann haben wir halt hier Omega durch die Wurzel aus Omega² µ Epsilon minus 2 mal Pi durch A zum Quadrat. Ja, soviel auch schon zur Phasengeschwindigkeit. Wenn ihr euch für die Gruppengeschwindigkeit ebenfalls noch interessiert, dann schaut mal im nächsten Video vorbei. Da geht es dann um die Gruppengeschwindigkeit. Vielen Dank fürs Zusehen und bei weiteren Fragen zu der Phasengeschwindigkeit stellt die gerne in die Kommentare von diesem Video. Zusehen und bei weiteren Fragen zu der Phasengeschwindigkeit.